Ja Leute, willkommen bei uns in der Runde OneHandageMber, das kam ja öfter, äh länger nicht mehr, den kenn ich irgendwie, aber der macht mir Angst und ja, ich hab länger nicht mehr in OneHandageMber gebracht und aus dem ganz einfachen Grund erstmal kam Serival Games immer besser an und zweitens möchte ich mal über OneHandageMber klare Sachen sagen, wie zum Beispiel, dass OneHandageMber einfach nur schlecht geworden ist. Es wird alles nur noch gelegt, es wird gepackt, ähm, ist einfach nur schlecht, also OneHandageMber wird soviel nicht, also müsste soviel noch gemacht werden. Und ja, das regt mich ein bisschen auf. Nein, das war dumm. Und ja, also das regt mich ein bisschen auf, weil... Jetzt bin ich beim Spawn killen, Alter, ich muss mich das lassen. Und schon wieder. Und ja, das ist meine Meinung über OneHandageMber, das... Oh, komm. Oh, wurde von hinten gepackt. Ja, naja. Äh, das ist einfach OneHandageMber langsam. Jetzt geht's eigentlich richtig gerade, aber nur am Anfang ist es so verpackt, Alter. Oh, Gott. Ich werde... Schau, das meine ich, ich bin im Block drin und kann mich nicht mehr bewegen. Oh, Gott. Oh, Gott. Da ist ja eine Scheibe. So, so. Das ist meiner. Oh, verdammt. Du musst stören, das habe ich gehört. Lol. Nice drive, bro. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin low, aber YOLO. Lol, den habe ich gegeben. Oh, Gott. Oh. Ich werde auch keine Runde hinten dran hängen, weil... Ich möchte einfach nur eine kurze Runde haben. Oh, Gott. Den habe ich getroffen. Arrogant. Arrogant bist du, Ender. Da war oder wie auch immer der heißt. Da sind noch Leute. Ich finde, die erste Runde wonen in der Chamber seit Jahren und gleich... 22 Kills. Finde ich halt mal richtig nice für die Runde. Ich meine, geht natürlich besser, aber... Ich bin auch nicht der Allerbeste. Geht gerade richtig gut. Oh, Gott. Der erholt mich. Was macht der? Der schaut einfach in die Wand. Ach, komm, hör mal aufwägt zu rennen, du Spass. Ich habe noch zwei Leben, Alter. Und ich habe schon 23 Kills, aber die Zeit geht langsam um. Ich schaffe hier noch 25 Kills, wäre eine ganz nice Runde. Okay, der war FK, das ist... Egal, 25 Kills. Auf jeden Fall schon mal nein ist. Darum ist noch jemand, aber... Ja, hier kann ich hier... Also... Da werde ich jetzt nicht mehr hochkommen. Ja, der chillt seine Basis, ich schieße einfach von da ab. BAM! GG. Also, das war 25 Kills, glaube ich, war für mich eine sogenannte... Eine gute Runde, weil... Kanal 25 Kills finde ich richtig nice. Und wenn ihr mehr Woner Jammer haben wollt, also... Ich weiß nicht, ich habe gesehen, wie Woner Jammer länger dauert, dachte ich mir einfach nur... Was ist eine Führung zur Runde und ja, ist ja zwischendurch auch mal was anderes. Wenn ihr mehr haben wollt, schreibt es in die Kommentare und oder zeigt es mir, indem ihr einfach den Like-Button vergewaltigt und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ich bin euer Kapp! BAM!